Wer weiß noch davon? SCTI in New Mexico haben ein Signal identifiziert. Nach unseren Berechnungen hat es einen Durchmesser von über 550 Kilometern und seine Masse entspricht etwa einem Viertel unseres Mondes. Was zum Teufel ist das? Ein Meteor? Nein, Sir. Nein, definitiv nicht. Woher wissen Sie das? Nun, Sir, weil es langsamer wird. Es wird was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017